Also erstmal vielen Dank, dass Sie für eine Testmoderation zur Verfügung stehen. Ich würde Sie bitten, dann jetzt direkt mal aus dem Manuskript für die nächste BIN-Ausgabe vorzulesen. Dankeschön. Wollt ihr mich verarschen? So blöd kann keiner sein? Ich lese doch nicht vor, was von einem faschissenen Analphabeten geschrieben wurde. Wie heißt denn der Vollidiot? Nur weg mit dem Scheißnächter. Okay, dann möchte ich Sie bitten aus dem nächsten Manuskript. Ruhe! Das wird, glaube ich, nichts mit unserer Zusammenarbeit. Es tut mir leid, Herr Kinski. Sie müssen von mir lernen! Auch David Lean hat das gemacht! Und auch Brecht! Und Sie werden es auch tun! Macht euren Scheiß doch allein! Ja, servus Leute! Herzlich willkommen zu den Breaking Electro News der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube und heute mit folgenden Themen. Dem Stromnetz auf den Zahn gefühlt. Wird AMG zur Elektromarke. Renault bringt China Stromer nach Europa. Mercedes EQC-Rückruf. Die voreingenommenen Ölnachrichten. The Community Corner. Und haha, I found an error. Der Zuschauer René und noch ein weiterer Zuschauer, dessen Namen ich mir leider nicht notiert habe, haben mich auf einen Artikel in elektrifft.net hingewiesen. Und zwar geht es dort um die E-Mobility-Allee. Dort hat ENBW getestet, wie sich 10 Elektroautos in einem eingegrenzten Karree aus Einfamilienhäusern auf das Stromnetz, auf die Last, auf die Schieflast auswirkt. Und als Ergebnis aus diesem Projekt hat ENBW die Erkenntnis gewonnen, dass es nicht zu den befürchteten Problemen bei der Netzauslastung durch das Laden von Elektroautos kam. Haben die Elektroautoeigentümer zu Beginn des Projekts noch ihre Elektroautos sehr häufig geladen, wurde das im Projektverlauf immer weniger. Und nur in 0,1% der Fälle haben 5 von diesen 10 PKWs tatsächlich gleichzeitig geladen. Das heißt also, diese Befürchtung, dass alle Elektroautos abends von der Arbeit kommen und zur gleichen Zeit ans Netz gehängt werden, hat sich zumindest in diesem Projekt nicht bestätigt. Und auch hat man festgestellt, dass in dem intelligenten Lastenmanagement sehr viel Potenzial liegt. Unter anderem hatte ENBW auch feste stationäre Akkus installiert, die dann auch zum Ausgleich des Netzes herangezogen werden konnten. Und natürlich wird auch die Kommunikation unter den Wallboxen in Zukunft sicherlich eine Rolle spielen. Das Fazit von ENBW zu diesem Projekt fällt auf jeden Fall durchweg positiv aus. Und so wie es aussieht, werden die jetzt ein größeres Projekt nochmal ins Leben rufen, wo sie in einer Wohnungseigentumssiedlung mit insgesamt 45 Elektrofahrzeugen das gleiche nochmal wiederholen wollen und dort schauen wollen, wie bei dort angebogenen 60 Ladepunkten sich dann das Ladeverhalten bezüglich dieser 45 Elektroautos, die zu dem Wohnblock gehören, dann tatsächlich auf das Netz auswirkt. Aber als Fazit denke ich, ist es durchaus zulässig festzuhalten, dass das deutsche Stromnetz vor keine unlösbaren Aufgaben durch die Elektroautos gestellt werden wird. Nicht nur zum Projekt von ENBW gibt es positive Nachrichten, sondern auch bezüglich Daimler AMG scheint es jetzt neue Entwicklungen zu geben, die auf jeden Fall in meinen Augen berichtenswert sind. Denn Daimler plant scheinbar die Elektrifizierung der AMG-Fahrzeuge. Natürlich ist uns allen klar, dass damit auch wieder Plug-in-Hybride und Hybride gemeint sind. Aber so wie es sich liest, meint Mercedes bzw. AMG damit auch BEVs, also rein aggobetriebene Elektrofahrzeuge. AMG scheint damit so ein bisschen auf den Konkurrenten Porsche zu schielen, die ja mit dem Taycan jetzt ein wirklich tolles Elektroauto vorgestellt haben und scheinbar auch in Sachen Absatz mit dem Fahrzeug durchaus für positive Schlagzeilen sorgen. Und Mercedes hat jetzt wohl erkannt, dass man in diesem Marktsegment der hochpreisigen Elektroautos durchaus eine Nische mit AMG besetzen kann, die dann auch in Zukunft profitabel sein könnte. Außerdem kann man damit erreichen, dass man den CO2-Ausstoß der gesamten Mercedes-Flotte entsprechend senken kann. Und Mercedes ist ja auch nicht ganz unbeleckt, was das Thema rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge angeht. Und gerade auch bei der Sportmarke AMG. Denn es gab schon ab 2013 den Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive zu kaufen. Dieses Fahrzeug war natürlich nur ein Nischenprodukt und wurde nur in sehr kleiner Auflage tatsächlich an den Mann gebracht. Zeigt aber doch, dass Mercedes-AMG schon gewisse Erfahrungen gemacht hat und auch schon die ersten Baby-Steps in Richtung batteriebetriebener Elektrofahrzeuge im Supersportwagenbereich getätigt hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was aus dieser Umstellung bei AMG auf lange Sicht tatsächlich wird. Ich sehe darin aber eine sehr große Chance für AMG, sich völlig neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Zuschauer Marietta und Heinz haben mich darauf hingewiesen, dass Renault den China Stromer City K-ZE auch nach Europa bringen möchte. Ich hatte schon mal vor ein paar Ausgaben über dieses Fahrzeug berichtet und dort auch geäußert, dass ich mich freuen würde, wenn das möglichst bald auch nach Europa kommt. Und jetzt scheinen sich diese Wünsche tatsächlich zu erfüllen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es sich hier wirklich um ein Low-Budget-Fahrzeug handelt. Der endgültige Preis steht da noch nicht fest, aber die entsprechenden technischen Daten lesen sich natürlich jetzt nicht so beeindruckend wie bei den deutlich teureren batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen. Das Fahrzeug verfügt zum Beispiel nur über einen 26,8 kWh Akku, 33 kW Motorleistung und einen Drehmoment von 125 Nm. Das ist natürlich jetzt alles nicht sonderlich beeindruckend, allerdings beeindruckt der Preis. In China gibt es das Fahrzeug wohl für umgerechnet 7.900 Euro zu kaufen. Und wenn es nach Europa kommt, kann man wohl mit einem Preis laut elektrift.net von 10.000 bis 12.000 Euro rechnen. Was natürlich für ein echtes Elektroauto im Vergleich zu diversen City-Flitzern, die hier angeboten werden, tatsächlich ein absoluter Kampfpreis in meinen Augen ist. Wie gesagt, wenn man mit den technischen Einschränkungen, mit der relativ geringen Reichweite und Motorleistung tatsächlich leben kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Fahrzeug und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde es dann gerne tatsächlich mal testen. Auf nachfolgende Nachricht hat mich der Zuschauer René hingewiesen. Weniger gute Nachrichten gibt es leider bei ecomendo.de zu lesen, denn laut des Online-Portals gibt es zwei Rückrufaktionen bei Mercedes. Das betrifft zum einen das Vorderachs-Differential. Dort kann wohl ein Bolzen brechen. Davon sind rund 1700 Fahrzeuge des Modells Mercedes EQC betroffen. Und außerdem gibt es bei einer Befestigung für die Airbags wohl ein Problem, was ebenfalls behoben werden muss. Und davon sind dann rund 1400 EQCs betroffen. Das kann natürlich bei so einem völlig neu konstruierten Fahrzeug mit auch völlig neuer Antriebstechnik mal vorkommen. Ich sehe darin jetzt kein Riesenproblem. Wenn Mercedes diese Probleme entsprechend erkannt hat und auch durch angemessene Rückrufaktionen das Ganze behebt, dabei auch keine Kosten für die Kunden entstehen, dann finde ich, ist das ein völlig normaler Vorgang und jetzt auch nicht sonderlich kritisierenswert. Ich konnte den Mercedes EQC ja zumindest schon mal kurz in München Probe fahren und war von dem Auto dort auch durchaus angetan. Ich hoffe also, dass Mercedes diese Qualitätsprobleme in diesen kleinen Teilbereichen in den Griff bekommt und in Zukunft solche Rückrufaktionen nicht mehr erforderlich sein werden. Ja und da kommen jetzt schon die... Voreingenommenen Ölnachrichten Nachdem ich in der letzten Ausgabe der Breaking Electro News eine relativ lange Ausgabe der Voreingenommenen Ölnachrichten gebracht habe, fasse ich mich heute mal ein bisschen kurz. Und zwar habe ich euch heute mal eine Aufstellung von Wikipedia mitgebracht, die vielleicht viele von euch schon kennen. Auf jeden Fall ist das auch ein sehr interessanter Link, den man auch gut teilen kann, wenn es mal wieder um das Thema Lithiumabbau, Kobaltabbau geht und die Umweltschädlichkeit bzw. die damit einhergehende Kinderarbeit. Das heißt also, wenn solche Themen unsachlich und polemisch behandelt werden, dann bietet es sich an, durchaus mal diese Wikipedia-Liste entsprechend zur Verfügung zu stellen. Denn hier werden nur die bedeutendsten Ölunfälle aufgelistet. Und wenn man hier so runter scrollt und auch die Mengen an Öl sich anschaut, die dort in die Gewässer gelangt sind, dann wird es einem Angst und Bang. Das Ganze hat also ein Ausmaß, ja, dass es einem einfach nur schlecht werden kann. Und ihr seht, umso weiter ich runterscrolle, es hört gar nicht auf mit den entsprechenden Rohölunfällen, was natürlich absolut tragisch und erschreckend ist. Und das allein ist schon ein ausreichendes Argument, um den ein oder anderen vielleicht zum Überlegen oder zum Nachdenken zu bringen. Und weil wir gerade beim Thema Listen sind, ich konnte also auch die Liste der brennenden Verbrenner wieder um einige Fahrzeuge erweitern, was natürlich keine guten Nachrichten sind, aber ich poste hier ja auch nur entsprechende Nachrichten, wo niemand verletzt wurde oder zu Schaden gekommen ist. Und ihr seht, es sind also wieder zwei, vier, sechs, sieben neue regional gemeldete Brände entsprechend gemeldet wurden von Zuschauern. Dafür vielen Dank. Die Liste befindet sich natürlich wie alle anderen Quellen auch wieder unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch also die einzelnen Vorfälle selbst mal anschauen. Ja, und dann kommt jetzt schon Der Zuschauer Michael hat mir ein paar Fotos und auch ein Video zu einem selbstgebauten E-Bike zugesandt. Wir sehen also hier das erste Foto. Also das scheint schon ein relativ großer Aufwand gewesen zu sein. Der Motor ist sicherlich Standard. Der ist aus dem Regal. Die übrigen Dinge scheinen zumindest zum Teil Eigenbau zu sein. Und das beeindruckt mich schon ziemlich. Und ich muss auch sagen, das sieht schon irgendwie stylisch aus. Und wie wir ja hier sehen können, handelt es sich auch um einen Allradantrieb. Denn, wenn ich das richtig beurteile, ist sowohl das Vorderrad angetrieben als auch das Hinterrad. Wir gucken uns jetzt nochmal ein anderes Foto an. Da seht ihr also mal die Steuerzentrale. Und wahrscheinlich auch diese Metallhalterungen hier sind vermutlich selbst gefräst, nehme ich mal an. Und er hat mir auch ein Video zu einer Fahrt mit diesem Fahrrad noch geschickt. Das möchte ich aber an dieser Stelle unterschlagen. Denn dieses Fahrrad erreicht Geschwindigkeiten, wo man zumindest vermuten könnte, dass das schneller als 15 oder 20 oder 25 kmh sind. Deshalb halte ich mich hier mal mit der Veröffentlichung zurück. Wahrscheinlich irre ich mich sowieso. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt, Michael. Ich bin sehr beeindruckt von deinem technischen Geschick. Über eine ganz tolle Aktion am Münchner Flughafen hat mich der Zuschauer Markus informiert. Es wird bis zum 20. Dezember durch eine Initiative von Audi möglich sein, am Münchner Flughafen zu parken und sein Elektroauto oder Plug-in-Hybriden auch während der Urlaubszeit entsprechend aufzuladen. Das heißt also, man registriert sich dort unter der Adresse charge-fly.audi, kann dann einen Parkplatz für den erforderlichen Zeitraum reservieren, dort kostenlos parken und sein Fahrzeug noch zusätzlich kostenlos aufladen. Wer weiß, wie viel allein das Parken am Flughafen z.B. in Frankfurt kostet, da weiß ich, was es kostet, der weiß dann auch, dass das ein wirklich tolles Angebot ist. Und jeder, der eine Flugreise plant, sollte dann vielleicht wirklich überlegen, ob er statt z.B. von Stuttgart aus vielleicht doch von München aus fliegt. Dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis des Zuschauers Richard. Vielen Dank dafür. Und zwar findet am 2. November in der Hochschule Fulda eine Veranstaltung statt, die nennt sich Autark Leben mit der Energiewende 4. Die wird veranstaltet vom Umweltzentrum Fulda und dort federführend vom Timo Schaad. Der ist übrigens auch der Herausgeber des T&E Magazins. Das kann ich euch also nur empfehlen, das solltet ihr euch auch holen. Da ist übrigens auch wieder ein Bericht von mir drin, das aber nur am Rande. Auf jeden Fall findet diese Veranstaltung am Samstag von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Zu Gast sein werden der Filmemacher Frank Farenski und es war auch geplant, dass Mr. Energiewende Holger Laudelei vor Ort sein wird. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand wird der Holger wohl nicht kommen können. Und der Timo hat mich gebeten, ob ich als Notnagel eventuell für ein Gespräch mit dem Herrn Farenski zur Verfügung stehe. Und ich habe da jetzt auch zugesagt. Das heißt also, dass wenn der Holger jetzt nicht kann, werde ich für ihn einspringen. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf und wer in der Region ist, kann ja mal vorbeischauen. Das wird sicherlich eine runde Veranstaltung. Dann nochmal natürlich wie immer was in eigener Sache. Ich habe ja diese Aktion Hashtag Taycan für Micha gestartet, um eventuell ein Pressefahrzeug des Porsche Taycan von Porsche für ein, zwei Tage für einen Test zur Verfügung gestellt zu bekommen. Bisher natürlich nur mit eingeschränktem Erfolg. Deshalb auch nochmal der Aufruf an euch alle. Ich weiß, ich nähe euch damit. Falls ihr Lust habt und mich ein bisschen unterstützen wollt, dann teilt doch den Hashtag Taycan für Micha in euren sozialen Netzwerken. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr mich auf Twitter entsprechend abonniert. Ja und dann kommt jetzt schon. Haha, I found an error. Ja und diesmal hat sich der Raimund aus der Deckung gewagt und glaubt, einen Error in der letzten Ausgabe der Breaking Electronyms gefunden zu haben. Ich lese seinen Kommentar gerade mal vor. Haha, I found an error. Um Regelenergie bereitzustellen, sind Kohlekraftwerke nicht zu gebrauchen. Bei den Gaskraftwerken sieht es schon besser aus. Außerdem sind Speicher hervorragende Spitzenlastkraftwerke. Kohlekraftwerke sind hervorragende Grundlastkraftwerke, allerdings heutzutage mit einem großen Regelbereich. Nur das Regeln an sich geht nicht so schnell, wie man es heute brauchen würde. An dieser Stelle, lieber Raimund, hast du dich natürlich wieder ge... Moment, ich kriege gerade eine Nachricht aus. Oh ja, bitte. Wie? Ist wirklich kein Fehler? Brauchen uns keine hanebüchende Ausrede auszudenken? Okay, gucken wir uns gleich an. Ja, also natürlich werden wir wie immer in bewährter Manier beweisen, dass auch diesmal kein Fehler vorliegt. Und die Breaking Electronyms da völlig richtig berichtet haben. Wir schauen uns das gerade mal an. Hier haben wir also dann die letzte Ausgabe und schauen uns die Passage aus dem Breaking Electronyms mal an. Es ist auch völlig klar, dass die fossilen Brennstoffe zur Erzeugung von Energie im Moment noch unverzichtbar sind. Allein um Spitzennetz aufzufangen und auch die Schwankungen in den erneuerbaren Energien aufzufangen. Also wir sehen hier eindeutig, ich habe tatsächlich von fossilen Energieträgern gesprochen. Das heißt also, es gab überhaupt keine Aussage, dass es sich auf Kohlekraftwerke bezieht. Hier liegt also in der Tat kein Fehler der Breaking Electronyms vor. Ich bin ganz begeistert. Ich möchte damit sagen, wie immer liegt hier natürlich kein Fehler der Breaking Electronyms vor. Es wurde völlig korrekt berichtet und es bleibt dabei. Die Breaking Electronyms sind fehlerfrei und absolut perfekt. An dieser Stelle wieder mein herzliches Dankeschön an alle, die mir entsprechende Mails, Nachrichten, Links, Bilder, Filme, was auch immer an die E-Mail-Adresse breaking-electronyms.web.de geschickt haben. Ich kann leider nicht mehr auf alle Nachrichten antworten und auch nicht alle Informationen in den Breaking Electronyms verarbeiten. Aber ich lese wirklich alles und freue mich über jede eigene Zuschrift. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ansonsten soll es das für die heutige Ausgabe der Breaking Electronyms gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wir unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo.